Was geht ab, Leute? Heute ist soweit, Caspar und ich spielen 50 Wege zu sterben mit Roblox. Es wird auf jeden Fall heute mega, mega lustig. Das gibt auf jeden Fall noch weitere 50 Wege. Also, wenn ihr ein zweites Mal sehen wollt, lasst einfach gerne ein Like und ein Abo da, Freunde. Ich würde sagen, bei ungefähr 5000 Likes, kommt in der zweite Part und es ist ein Spaß mit dem Video. Joooooo, Crossout! Wo bist du? Wow, wir sind auf dem Trampolin. Oh mein Gott, das ist so krass hier unten. Warte mal, warte mal. Alter, wie krass ist das denn, ey? Das sieht ja aber mega cool. Ich will auch auf dem Trampolin. Oh Gott! Das ist voll cool. Pass auf da, pass auf da. Wo sind wir hier gerade? Hier kann man glaube ich erzählen. Ja, wir sind in so einer komischen Welt und zwar ist es hier richtig leicht zu sterben. Das heißt, wir müssen mega aufpassen. Ach, also jetzt 50 dumme Wege zum Sterben. Okay, warte mal. Kann ich hier in die Mikrowelle reingehen? Mach die mal an. Hey, mach sie wieder aus. Voll heiß hier drin gerade. Hey, ich. Oh nein. Oh nein. Hey, mach auf. Ich fange auf. Mach auf, Kasper. Ich kann nicht mehr ausmachen. Ich habe mir die Hand verbrannt. Oh, ey, toll. Wir haben es aufmachen müssen. Ich bin auch verbrannt. Ey, jetzt bin ich hier oben gespawnt. Wo bist du denn? Ich bin unten an dem Gebäude. Ich bin genau da gespawnt, wo wir gestorben sind. Okay, warte. Ich brauche mich dann hoch. Pass auf, ich springe ja ganz kurz runter. Spring zur Mikrowelle. Jetzt tanze ich gerade. Schaffst du es zur Mikrowelle zu springen? Nee, so weit nicht. Guck mal, ich bin hier oben an der Ecke. Ich seh dich nicht mal. Wo bist du denn? So, pass auf, warte. Ihr seht mich gleich wieder. Sollte es eigentlich respawnen. Okay. So, wo bist du? Hier. Also. Hier bin ich. Okay, also, wir haben 100 Wege. Zum Beispiel, hier ist dieses den Legostein, ne? Ja. Du siehst ihn ja. Du rühr dir mal. Mann! Hey! Du musst halt mega vorsichtig sein. Hier gibt es halt irgendwie 100 Wege, um zu stehen. Hier habe ich gar nicht gesehen, den Legostein. Um zu stehen. Ja, Mensch. Was soll das? So, komm mal wieder ran hier. Pass auf, guck mal hier zum Beispiel. Siehst du die Spinnen hier vorne? Ja. Das ist eine ganz, ganz giftige Tarantel. Aber ich glaube, die heißt Rüdiger. Warte mal, ich streichel Rüdiger mal. Streichel mal Rüdiger. Mal gucken, was passiert mit Rüdiger. Ah! Streichel Rüdiger auf gar keinen Fall. Mann! Uff! Uff! Das war richtig. Ich kann hier weinen. Wo bin ich denn? Hier ist eine riesige Schlange. Wie? Wo bist du? Komm mal zurück. Du musst, warte mal. Au, ich bin auf der Rutsche ausgerutscht. Bist du gestorben? Ja, okay. Du musst zu diesem Trampolin gehen. Komm mal zum Trampolin. Ja, ja, okay. Ich bin mal mit dem Trampolin. Ja, ja. Warte, hier ist sogar ein Auto. Ich kann dich abholen. Wie jetzt? Ich komme angefahren. Warte mal. Hallo? Wo ist das Auto? Warte mal. Wo bist du denn? Ich bin mal... Wow! Wow! Ja, ich sehe dich. Oh mein Gott. Ich kann hier irgendwie auf der Straße... Warte mal. Ich komme, Kasper. Ich komme. Ich steige ein. Ja, ich bin hier oben. Oh, okay. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich. Komm her. Aber das Auto... Wir können nicht mehr fahren. Du musst aussteigen. Wieso nicht? Das Auto ist kaputt. Du kannst nur auf der Straße fahren. Als ob. Oh Gott. Lass ihn mal zu dem Restaurant... Oh, Mensch! Was denn? Ey, so was machst du... Man kann nur auf der Straße fahren. Mann! Jetzt machst du so eine komische Bewegung da mit deinem Körper. So, warte. Ich wollte dir doch jetzt gerade mal was zeigen. Steig mal aus. Ich sehe dich dazu, wie du schon wieder einsteigst. Guck mal hier. Guck mal hier bei mir hinten. Siehst du mich? Wo bist du denn? Hier hinten. Hier. Hier. Ach ja, ich komme. Ich komme. Ich komme. Und jetzt, komm mal. Hier verkaufe ich nämlich frische Limonade. Nimm dir gerne. Okay. Hol mir gerne mal ein Glas. Du musst halt die richtigen... Ja, was hast du denn da reingepackt in die Limonade so? Hm, gar nicht. Das sind auf jeden Fall... Das sind fünf verschiedene Limonaden und du kannst dir eine aussuchen. Ja? Ich kann mal eine aus. Such dir mal eine aus. Slushy King? Na, nimm die. Nimm ruhig die. Ich nimm die hier. Die Limonade ist ausverkauft heute, Bro. Ich hab die nur veräppelt. Mann, warum? Ja, 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 aber guck mal hier, komm mal her, komm mal her. Hier können wir rein und jetzt, guck mal, wo wir sind. Wow. Wir sind in Never. Wir sind in Never. Oh Gott. Ein Creeper. Geh mal hin, streichel den mal, sag dem mal Hallo. Hallo. Ah. Oh nein. Gott, Kasper. Ich hab dich nicht drecken können, ey. Was ist das denn eigentlich für Mieter auf dem Boden? Hier ist nix. Also hier kann man rüber gehen. Ich warte auf dich hier drin. Und hier ist eine Pistole. Hier kann man Schlitten fahren. Hier, du kannst Schlitten fahren. Okay, warte mal, ich muss erst mal wieder zu dir. Komm, wo ist denn das denn so normal? Es ist so groß hier alles, ne? Es ist echt voll groß. Guck mal, ich frag mich, ob ich... Au. Was ist denn hier unten? Mann, hier hat mich so ein Schwein aufgefuttert gerade. Ich will mal kurz wissen, was hier unten ist. Okay. Oh nein. Ich bin draufgegangen. Ich sterb die ganze Zeit. Lass mal versuchen, nicht drauf zu gehen, okay? Ja, okay, wo bist du denn? Okay, ich bin jetzt gerade... Digga, warte mal, wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier irgendwo in so einem Hoch... Ich bin im Hochhaus. Wie im Hochhaus? Ich bin im Krankenhaus. Hier sind Laufbänder. Was ist denn hier noch? Ich guck mal, wie ich zu dir hin teleportieren kann. Man kann sich ja hier hin teleportieren. Ja, probier mal, probier mal. Hier. Du hast gesagt Krankenhaus. Krankenhauspital irgendwo oder sowas. Oder wir sind in einem Hotel. Ja, kann auch nur... Ne, ne, hier ist auch ein Kranker und so. Ich bin gerade einmal draufgegangen. Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Einfach so, ich bin gelaufen. Vielleicht spawnst du jetzt auch ein Krankenhaus oder so? Ne, ich bin oben gespawnt. Wo ist denn hier ein Krankenhaus? Hier ist ein McDonald's. Ich weiß halt nicht mal... Was steht hier? Medikit kaufen. Okay, das wollen wir ja nicht. Hä, wo ist denn hier das... Wie komme ich hier raus aus dem Krankenhaus? Hier ist ein Pilzer? Hier. Hier komm, ich bin raus, ich bin raus. Okay, warte mal. Die Brücke ist kaputt gegangen. Och, Mendo. Ich hätte ja gesagt, nicht draufgehen. Ja, ich wollte gucken, wo das Krankenhaus... Jetzt bin ich hier im Schneegebiet. Ja, da war ich auch eben. Warte, da komme ich hin. Da komme ich hin. Okay. Warte mal, was ist hier? Denkst du... Oder sind hier so giftige Pilze und sowas? Wir erfrieren hier oder sowas? Du kannst auch, glaube ich, im Schneegebiet Schlitten fahren. Aber ich weiß auch nicht genau, wie. Alter, ich habe gerade meinen... Hier noch so vorsichtiges Sachen. Bist du gestorben schon wieder? Nein, nein. Aber man kann voll coole Sachen machen, sehe ich gerade. Ja, du kannst... Genau, du kannst irgendwie so... Au! Das zieht auch Leben ab dann, ne? Alter, der trinkt vergiftende Milch. Aua! Guck mal, hier, komm her, komm her. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Da hinten... Ich will nicht mehr, Kaspar. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich will dich wieder zurück. Beim heiligen Graal! Beim heiligen Graal! Oh nein! Alter, wie so ein Mixer! Er holt mich zurück. Was ist das denn? Ja, ich habe laut geschrien. Hast du gerade geschrien? Ja. Alter! Okay, ich habe ein U-Boot. Hallo? Aua! Alter, du hast hier, ey. Red ich nicht. Ich habe laut geschrien. Um, 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 um. Aua! Oha! Ich hau ab jetzt. Ich hau ab. Wo wollen wir hingehen jetzt? Ich gehe jetzt hier in die Rakete. In die Rakete rein? Entweder wir könnten in die... Wow! Hä? Alter, wir sind auf den Wolken. Okay, warte mal. Das ist das. Aber, okay, pass auf, pass auf, pass auf. Wie können wir denn hier noch laufen? Kann das sein? Gute Frage. Oh, ich habe Höhenangst. Ich habe auch Höhenangst. Ich mag das gar nicht. Okay, ich lasse... Ich werde so jetzt runterspringen. Okay, so. Wie? Beim heiligen Graal. Beim heiligen Graal. Ich will fliegen wie ein Helikopter. Check. Und los. Halte mich. Check. Aaaaaaah. Ey, ich lebe noch. Alter, meine Beine sind im Boden. Mann, oh, Meter. Was ist das denn, Erfahrung? Oh, Mann, ey. Ich sage es dir, was können wir denn hier noch kaufen? Guck mal. Hier, Eiscreme für 10 Dollar. Warte mal, entweder holen wir uns einen Milchshake. Ja. Eiscreme Sandwich. Oder Eiscreme Offen. Aber wollen wir wirklich was essen? Weil der Typ hier gerade Hunger hat, sagt er mir. Ich habe mies Hunger. Hat er gerade gesagt. Ehrlich? Ja, da steht doch auch Hungeriger Noob oben drüber. Stimmt. Wo ist denn hier noch? Guck mal, geht es denn hier hin? Guck mal, hier reingehen. Guck mal, lass mal reingehen. Hä? Hä? Was? Wir sind hier im Büro. Wir können hier Minecraft spielen. Guck mal, hier kann man aufs Dach gehen. Komm, lass mal hier rein. Wow. Lass mal aufs Dach gehen. Lol. Oha. Guck mal, hier ist ein Orbi. Guck mal. Okay, komm. Jump and Run. Oh. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Mal gucken wir jetzt hier, wer einen besseren Orbi hinbekommt. Ey, du drückst mich voll weg. Ah. Oh Gott, jetzt? Ah. Okay, guck, du es schaffst. Ah. Oh mein Gott. Ey, aua. Aua, hör mal auf. Ah. Nein. Hör mal auf. Ah. Ah. Ja. Verdammt. Und die Orbi habe ich geschafft, oder? Nein. Winner, winner, chicken. Ah nein. Das war verarsche. Das ist das heute Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Denkt dran, bei 5000 Likes kommt der zweite Part. Und jetzt viel Spaß bei mir ist hier, die ihr euch angucken könnt. Und bis morgen. Ciao, ciao.